Wednesday wurde adoptiert. Endlich! Glückwunsch! Wednesday ist von nun an deine Tochter. Das ist so schön. Danke. Hier ist dein Spielzeug. Nein, nein, nein! Oh ja! Das war ein Albtraum. Oh, Wednesday. Das passiert jedes Mal. Wir sind bereit, diesen kleinen Engel zu adoptieren. Bist du sicher? Okay. Genehmigt. Jetzt ist sie eure Tochter. Ich bin Max. Oh, dachte ich mir. Du bist witzig. Lass uns nach Hause gehen. Oh, ich werde dich vermissen. Endlich! Polly, hier ist deine neue Schwester. Hi, Sis. Wir werden beste Freundinnen sein. Alles Gute zum Geburtstag, Polly. Wünsch dir was. Sehr gut. Wo sind meine Geschenke? Wednesday, gib mir dein Geschenk. Wow. Was ist das? Es ist eine Überraschung. Was für ein toller Geburtstag. Wednesday, gib mir dein Geschenk. Alles Gute. Ja. Moment. Ich bin bereit. Mal sehen, was da drin ist. Juwelen? Und das Halsband ist nicht einmal vergiftet? Wow. Sie ist so leichtgläubig. Ich werde es anprobieren. Wow. Wednesday, ich liebe Familienfeste. Wednesday, hör auf. Ich werde... Oh, sie verstehen sich so gut. Raus auf den Federn. Was soll ich anziehen? Du bist so süß, Polly. Wer ist das süßeste Mädchen in der Schule? Ich. Ich muss mich nicht umziehen. Fertig? Na dann los. Ich kann es kaum erwarten, zur Schule zu gehen. Danke, Mom. Das ist mein Lieblingsessen. Wednesday, das ist für dich. Danke. Was ist mit eiskaltes Händchen? Schatz? Oh, stimmt. Hier ist dein Mittagessen. Warum dauert das so lange? Wir sind spät dran. Oh, Sio. Mein Schwarm. Heilige Romantik. Da kommt der. Hey, Sio. Wie geht's so? Hast du nach dem Training schon was vor? Deck der Ballonmütze. Was? Hey, Wednesday. Willst du einen Zaubertrick sehen? Die sind für dich. Ich habe auch einen Trick auf Lager. Schnelle Gartenarbeit. Wie fies. Was ist denn? Ich würde gerne an deiner Stelle sein. Halt mich. Was ist mit meinem Körper los? Ah. Oh nein, mein Körper. Das ist doch verrückt. Ich bin ganz dunkel. Wednesday? Ich muss mich hinlegen. Ja, du hast recht. Ich brauche auch ein Nickerchen. Bitte, bitte. Mach, dass ich in meinem süßen Körper wieder aufwache. Guten Morgen, Welt. Oh nein. Ich bin immer noch in Wednesdays Körper. Okay, Polly, relax. Eine positive Einstellung ist der Schlüssel. Nein. Sis, was hast du mit meinem Körper gemacht? Ich habe dir nur nachgemacht. Ich habe dich aber nicht nachgemacht. Das war's. Schüler, lasst uns anfangen. Was ist mit Polly passiert? Du bist nicht Polly. Hey, Leute. Sorry, dass ich zu spät komme. Du siehst aber niedlich aus. Wednesday, bist du das? Was ist mit euch passiert? Ich habe keine Ahnung, welches Notizbuch ich nehmen soll. Ich habe noch nie so erbärmlich ausgesehen. Was ist denn hier los? Sio, hey. Lass uns heute Abend ins Kino gehen. Echt? Wirklich? Cool. Als keltes Händchen. Da bist du ja. Komm her. Hi. Wer ist die echte Wednesday? Ich verstehe gar nichts mehr. Als keltes Händchen. Du bist so süß. Okay. Reiß dich zusammen. Sehr schön. Du hast die richtige Wahl getroffen. Ach, eklig. Das war's. Ich werde mir den Kuss von der Wange wischen. Jetzt kann man nichts mehr erkennen. Zeit für einen langsamen Tanz. Macht es dir was aus? Willst du mit mir tanzen? Oh, du bist so ein Gentleman. Wollen wir tanzen? Sorry, Sio. Hey, Wednesday. Sollen wir tanzen? Komm schon. Na los. Hey, DJ. Leg unser Lied auf. Was? Was? Was ist mit mir? Bereits ist? Mach schon. Was für ein schöner Ball. Was für ein schöner Ball. Was für ein schöner Ball. Ihr wart hammermäßig. Danke. Meine Schwester ist die Beste. Ja, es hat geklappt. Ich bin wieder ich. Was für ein schöner Ball. Wer ist da? Oh. Ich liebe geheimnisvolle Briefe. Mal sehen. Liebe Wednesday, wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass du an der Nevermore Akademie angenommen wurdest. Ups. Schätzchen, was gibt's? Gute Nachrichten. Liebe Wednesday, wir freuen uns sehr, dir mitteilen zu können, dass du an der Nevermore Akademie angenommen wurdest. Ich verschwinde. Bye. Oh nein, Sis. Ich werde mich langweilen und ich werde ohne dich traurig sein. Schätzchen, was sollen wir tun? Ich habe eine Idee. Wir werden ein Kind adoptieren. Hier sind eure Adoptionskandidaten. Mal sehen. Oh, so süß. Aber nein. Nein. Was ist das denn? Bist du das? Ich bin der Coolste, oder? Nein. Wie auch immer. Oh, Wednesday. Das passt sogar zum Tag. Das muss ein Zeichen sein. Wednesday, sie ist unsere Tochter. Kleine, hier ist dein Zimmer. Willkommen zu Hause. Tada. Was sagst du? Wohnt ihr ein Einhorn, oder was? Familienumarmung? Du magst keine Umarmungen? Na gut. Das ist deine Schwester, Polly. Ja. Oh, meine Schwester. Wir werden beste Freundinnen sein. Wir werden so viele Schwestern Sachen zusammen machen. Ich mag dich jetzt schon. Wir werden zusammen auf Partys gehen. Und Lieder singen. Und spielen. Klingt lustig, oder? Ah, lass uns Tee trinken. Ja, ich hol ihn. Oh Mann. Was ist das denn? Fifty Shades of Black. Meine Lieblingsfarbe. Was? Nein, nein, nein. Stopp. Geh nicht auf meine Hälfte. Wie gemein. Okay. Das werden wir ja sehen. Damn. Sieh mal. Was? Gut gemacht. Gute Hand. Beeil dich. Ich zeig dir die Schule. Hier ist dein Spind. Tada. Ich hab ihn selbst dekoriert. Ja, das sieht man. Mein schlimmster Albtraum. Eiskaltes Händchen. Du weißt, was zu tun ist. Schwarz. So düster. Das ist perfekt. Schrecklich. Oh, Sio. Willst du deinem nächsten Training kommen? Ich liebe es dir beim Spielen zuzusehen. Vielleicht lädst du mich sogar zum Ball ein. Weg da, du rote Mütze. Wer bist du geheimnisvolle, schwarz-weiße Fremde? Ich bin Sio. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich freut es aber nicht. Oh, deine Hand ist so weich. Bye. Was? Was ist das? Noch eine Zombie-Apokalypse? Friss nicht mein Gehirn. Immer mit der Ruhe. Dein Gehirn wird den Zombies eh nicht schmecken. Sio, ist alles okay? Ups. Polly. Du bist es. Ich muss gehen. Sehe ich gut aus? Okay. Oh, endlich. Komm rein, Sio. Oh, wie süß. Ich liebe Blumen. Gib sie zurück. Die sind nicht für dich. Dieser Strauß ist für Wednesday. Der ist für dich. Das ist ungerecht. Hier, Wednesday. Siehst du zu einer Beerdigung? Eiskaltes Händchen. Bye. Bye. Was? Warum machst du das? Hä? Sie sind zurück? Ein Straußbummerang. Cool. Sieh mal, Wednesday. Hey, Wednesday. Oh. Was für ein Date. Oh, Sio. Wir werden irgendwann zusammen sein. Was? Ich tue so, als ob ich nicht da wäre. Was dagegen? Schreckliche Träume für mich. Warum bist du so fies? Ich muss das ändern. An die Arbeit. Was? Wednesday. Schöpfchen. Geht's dir gut? Du bist sowas von erledigt, Polly. Vaterwerkzeuge ist schon seit der Grundschule mein Lieblingsbuch. Ups. Ich muss los. Danke fürs Frühstück. Oh, die Mädchen spielen zusammen. Das ist so süß. Eine Talentshow. Mein Talent ist es, Klamotten zu entwerfen. Schauen Sie sich das an. Ich hab es gemacht. Dieses Kleid sieht aus wie ein Zitronenkuchen. Und das hier wurde von einem Donut inspiriert. Niedlich, oder? Bei diesen beiden kann ich mich nicht entscheiden, was besser ist. Ich bin ein Modegenie. Mabo, du bist so talentiert. Danke. Der Nächste. Zio, komm nach vorn. Ich? Na gut. Zeig uns dein Talent. Das ist einfach. Mein Talent ist es, süß zu sein. Sehen Sie? Da kann keiner widerstehen. Oh Mann. Danke, Zio. Dein Talent ist wirklich einmalig. Zio, du bist der Beste. Danke, Zio. Es reicht. Hör auf. Gib mir den Föhn und setz dich hin. Wednesday, du bist dran. Ihr könnt was erleben. Was für eine Angeberin. Wow, das ist ein angesagter Trend. Juhu. Juhu. Mein Lieblingstanz. Juhu. Juhu. Ich geh zuerst ins Bad. Sei nicht traurig. Es dauert nicht lange. Du wirst gleich wieder rauskommen. Oh, ich liebe Schaumbäder. Wie wär's mit einem Piranha-Bad? Warum schreist du so? Die sind doch nicht echt. Rechter Fuß auf gelb. Komm schon, Polly. Ich bin soweit. Dad, du wirst verlieren. Oh, Wednesday. Willst du mit uns Twister spielen? Komm schon. Das macht Spaß. Nee. Nee. Das ist zu lebendig und bunt. Nein. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Wednesday. Wir haben extra für dich schwarze und graue Kreise hinzugefügt. Rechte Hand auf schwarz, Polly. Los. Ich bin in deine Hälfte eingedrungen. Jetzt ist Wednesday dran. Linke Hand auf rot. Ja. Komm schon, Wednesday. Oh, du kommst nicht dran. Das heißt, du hast verloren. Loser. Ich verliere nie. Hey, du schummelst. Au. Sei keine Spielverderberin. Das hat doch Spaß gemacht. Oh, die sind so süß zusammen. Schlafenszeit. Es ist Zeit für die Rache. Was? Ich stehe ja schon auf. Wo bin ich hier? Ist das ein Sarg oder was? Wednesday. Wie konntest du nur? Das wirst du noch bereuen. Stopp. Wie wär's mit einem Kissenduell? Klingt gut. Dann nimm das, Sis. Sio. Ich bin verrückt nach dir. Sieh dir das an. Du bist erbärmlich. Oh, Sio. Ich mag dich ja so. Gib es zurück. Wir werden Sio davon erzählen. Und auch der ganzen Klasse. Jeder wird über dich lachen. Nein, bitte nicht. Das ist eine schlechte Idee. Oh, noch ein Freak. Hau ab. Eiskaltes Händchen. Was für ein süßes Herz. Ups. Ich hab es aus Versehen zerrissen. So ein Pächerbauch. Nein, bitte nicht. Lass Sio in Ruhe. Was ist los mit dir, Wednesday? Eine Hand. Eine abgetrennte Hand. Hier, das gehört dir. Oh, Wednesday, danke. Ich hab dich auch lieb. Oh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020